Was uns da oben erwartet, wissen wir konkret nicht. Das wird eine der großen Überraschungen, wenn wir die ersten Daten bekommen. Das ist das, was wir schauen. 50% der Kometen werden aus Material wie dieses. Vielleicht könnte das Wasser auf die Erde von den Kometen geliefert werden. Deshalb gehen wir an diesen Kometen, um zu sehen, wo das Wasser kommt, um zu sehen, ob es mit der Erde verbunden ist. Es ist durchaus möglich, dass Kometen den Schlüssel zur Entstehung des Lebens darstellen. Und wenn es uns nun gelingt, die Zusammensetzung mit so einem Kometen zu messen, dann können wir wirklich die Grundbausteine des Sonnensystems analysieren und untersuchen. Wir haben Jahre mit den Kollegen von der Lander-team, mainly die Kollegen von Kness und DLR, um herauszufinden, um ihre Strategien zu reduzieren, um sie zu schützen, um sie zu negatieren, um sie zu befinden, um alle Verstände und die Objekte für diese Operation-Phase. Und jetzt haben wir es für reale implementiert. Zeit hat es zu machen, um es zu machen. Activation. All the units ready. We have successfully separated now. Never is alone. It's on its own now. Very nice. So, we are there and Phila is talking to us. The first thing he told us was that the Japons have been fired, rewound, and the landing gear has been moved inside. So, we are sitting on the surface. Phila is talking to us. More data to come and to be on our right now. The flywheel is going down, which we should do, of course. We are there, it's done its job. We are on the comment. It looks as if the anchors have not been shot. So, it looks as if we are landed, but not anchored. The lander may have lifted off again. We touched down, we are rebouncing. We still get science data from there. So, maybe today we didn't just land once, we even landed twice. Nice! Untertitelung des ZDF, 2020